Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ok Rage 2 Und da sind jetzt offenbar ein paar Quests dazu gekommen Ich denke einfach mal da hin und den dann machen Aber ansonsten bin ich schon etwas überrascht Von der ganzen Sache da mit den Quests Gut Also Allgemein Wo sind hier jetzt die ganzen Quests aufgetaucht Da ist einmal das Signal Also da müssen wir einmal hin Dann Hier ist keine Quest noch zusätzlich aufgetaucht Hm Dann haben wir ja noch Ähm Hier unten Also hier einmal steuerbare Mech Finde 3 Motorteile Das Ding haben wir dann noch Und dann haben wir hier unten aufs Kreuz legen und Was immer das hier ist Keine Ahnung was das noch für eine Quest ist What the heck Da ist auch nichts weiteres Warte mal Karte Also Project Dagger Ok ja das Ding lock Das Signal aufs Kreuz legen Das sind die Missionen Das sind Das sind Das ist nicht das was ich haben möchte Hm Das sind Orte Missionen Ok Und das sind Ja das sind die ganzen Das hier sind abgeschlossene Witte Untersuche deshalb Reiche das Genforschung Project Dagger Äh ja Ok Handelsaktivitäten Ach Ok Hier gibt es auch noch Dinger Finde 3 Motorteile Ok Globale Erwurmung Sozialaktivität Privates Event Riesige Sendwürmer wurden Gesichtete Achso Ah Sorry Ich verstehe Das sind keine Dinger Die wir halt Die man halt so für das Spiel braucht Sondern das sind einfach Ähm solche Dinger halt Um halt die Leute quasi Am Spiel zu halten Das ist es ganz einfach So Dann Der ohne Flash kein Press Achso Fortschritt Äh für den unwahrscheinlich Fall Das ist das noch nicht da draußen Verdammt riesiger Wurm auf dich Zielzusteuern einem Feindlichen Ok Hm Ich weiß nicht irgendwie So wirklich brauchen brauche ich die nicht Erscheinen Finder und Illuminium Ok Erscheinen des Eisernen Willens Äh Das Winderlu Monster Mhm Achso Achso Die Dinger einfach noch Das dann Da Ok Wart mal Einfach nochmal Karte abschicken Das Ok das ist das Dann Dann Mhm Mhm Gut Das heißt Dann Ok 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 Ich würde sagen als erstes Kümmern wir uns darum Danach Sehen wir dann einfach mal weiter Vor allem weil ich ja auch gerne nochmal Weitere Archen finden möchte Also Also ich kann im Grunde jetzt schon sagen dass Dass ich hauptsächlich Wahrscheinlich noch die Archen Machen werde Äh Schauen werde wie das aussieht hiermit Gut Ist das nur noch ein einziger Das waren hier alle oder was Panzerbrechende Lenkraketen Ok Granaten Wingsticks Aber hier ist noch eine Kiste Ok da ist ein Convoy Hier Soll direkt auch noch eine Kiste sein Die wäre dann wahrscheinlich da oben Mh Äh Jo Hm Gut Hm Hier vielleicht irgendwo noch Hm Ja Scheint zu passen Scheint zu passen Gut Finde und eliminiere die Ziele Den dann auch nochmal Hopp 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 Ja eben Ja eben Hm Hm Ok das ging doch eigentlich ganz gut würde ich mal sagen Oh Soviel dazu Soviel zu den Typen der da eben einfach hoch Auf Auf die Fresse Auf die Fresse Gruß 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 All extra Auf die Fresse Gruß Gruß Ja Ja äh gut Ja äh gut Was wollte ich jetzt machen Hm Ähm Ich denke mal Ähm Also das Signal Das Signal müssen wir auf jeden Fall nochmal machen Das Signal müssen wir auf jeden Fall nochmal machen Dann müssen wir hier nochmal hin Und Und Das hier möchte ich jetzt gerne als nächstes machen Finde die drei Motor Teile Gut Ach komm Wo ist mein Phönix Zu 90% intakt Hm Keine Bange dann wärst du gleich wieder zu 100% intakt Geh doch Gut Ja ich muss nur irgendwie Wieder auf die Straße kommen Danach ist kein Problem oder Ja hier Gut Nein Ich möchte nicht Hm Nichts mit dem Händler zu tun Das ist mir jetzt aber einfach mal Oder Hm Ja ne ich hab Ich lass jetzt erstmal die Band Das komplett sein Die armen Banditen Oh fuck Da bin ich etwas gedriftet Hoppala Ja da stand der nette Panzer Die 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 Wundert mich nicht Gut Aber Jetzt heute nicht Das sah Interessant aus Gut 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 Mal sehen ob wir da gleich so einen lustigen Mech Mech bekommen oder sowas Ich könnte sogar Falls wir einen treffen würden Könnte ich sogar einen Convoy jetzt bekämpfen Eine Aufladestation Aha Ich denke dass die Aufladestationen wirklich erst später rein gepatcht wurden Weil Ich denke nicht dass es die vorher schon gab Aber Also ich bin mir relativ sicher dass es die am Anfang des Launch Also Zur Zeit des Launches des Spiel-Launches noch nicht gab So sollte ich vielleicht besser ausdrücken Ja das Ding Hm Ja das Ding Ja das Ding Ops Also Ich hätte gedacht dass der Roboter wäre Das ist jetzt zumindest nicht so ganz optimal mal, aber naja. Sekretomarsch. Okay, immer noch über einem Kilometer. Okay, gleich nicht mehr. Ah, kommt schon. Okay. Jetzt abbiegen einmal, dann... Ah, der hätte ich eigentlich auch quasi... Der hätte ich theoretisch auch querbeet fahren können. Hätte vielleicht Zeit gespart, aber egal. Hopf. Ah, komm. Machen wir das Ding am besten... Mal einmal fertig. Oh, das ist richtig. Äh, hallo. defibrillator ok ok kann ich ja wieder gut aber ey ok gut also dem da habe ich mich echt nicht so gut angestellt bei dem ding also wirklich nicht so okay ich denke ich reparier dich mal kurz erstmal wieder und dann geht es da vorne in den spaß gut mal sehen was hier jetzt ist ok ficken ok ok wo ok 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 na gut dann so hallo wo bist du da ich weiß dass du da oben bist mist er ist jetzt echt etwas sehr ich komm schon geht geht doch gut gut finde drei motor teile aha denn wo ist das hier vielleicht gut gut Ein weiteres Signal von einem Rangeranzug. Komm, weg mit dir, danke. Auch lustig? Gut. So, das sind dann zwei Motor-Teile oder was? Ist hier, ja, hier drüben vielleicht noch eins. Oh, da, hab gefunden. Gut. Sind das nicht die drei Motor-Teile, die ich finden brauche oder was? Oder was muss ich jetzt genau noch hier machen? Das klingt so, als ob ich da gerne rein gehen würde. Okay, da hinten scheint wohl noch irgendwie so ein Ding zu sein, aber... Wo? Also, ich bin jetzt gerade auch irgendwie etwas verwirrt. Und wo sind jetzt hier diese... Ich hab doch die drei Motor-Teile jetzt gefunden oder irgendwie mich? Hier scheint zumindest nichts weiteres zu sein, also... Also, hey? Das ist... Etwas nervig. Was ist da noch? Oh. 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 Okay. Das ist Nummer... Ist das jetzt 1 oder 2? Hm. Also ehrlich? Wo? Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, sind das... Okay, repariere den steuerbaren Mech. Okay. Okay, da hinten. Also. Ah, der steuerbare Mech ist bei... ist in Laguni. Okay. Hm. Geh ich erstmal da nochmal hin. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Gut. Den einfach nochmal und dann... Ah ne, da komme ich nicht rein. Hm. Wie komme ich da am besten rein? Nope. Vielleicht übers Dach? Ne, übers Dach sieht auch nicht so aus. Hm. Dann... Also vielleicht... Ja, okay. So könnte es funktionieren. Hier ist ne Eichentreu. Das ist doch schön. Eine Kiste. Mhm. Den ist hier noch der andere... Der Ranger. So. Und irgendwo müsste dann hier noch... Hm. ... ... ... ... ... Am Haus vielleicht irgendwo... Weil auf dem Haus war ja nichts. Hm. Ich bin hier etwas... ... ...verwirrt gerade. Ich kann hier nochmal auf dem Haus nachschauen. Aber ich bin mir halt... ... ziemlich sicher, dass da nichts war. Ne, auf dem Haus war nichts Hm Ich bin etwas so weird Hier müsste noch irgendwo ne Wo zum Wow Das ist wirklich scheiße gewesen, das Ding Gut, einsteigen und umdrehen Gut, wo möchte ich als nächstes hin? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch irgendwas sein könnte Hm Ich denke, als nächstes fahre ich mal da hin Aber vorher Beende ich hier jetzt diese Folge Vielen Dank fürs Zuschauen und Bis zum nächsten Mal, ciao